Hi und herzlich willkommen zu einer Gleichung der etwas anderen Art, einer sogenannten Betragsgleichung, die ihren Namen natürlich von diesen schicken schwarzen Strichen hier hat, den sogenannten Betragsstrichen. Was man da wissen muss bei Betragsstrichen ist, dass die den Inhalt positiv machen. Wenn ich also zum Beispiel eine minus 3 in Betragsstrichen sehe, dann wird das zu plus 3. Oder aber, wenn ich eine 3 in Betragsstrichen sehen würde, würde es auch zu 3 werden, weil das Ding ja schon positiv ist. Das bedeutet also, ganz allgemein kann ich sagen, dass ein x im Betrag zu x wird, wenn x sowieso schon größer oder eben gleich 0 ist und dass ich das Vorzeichen davon umkehren muss, dass also minus x daraus kommt, wenn mein x kleiner als 0 ist. Für die 3 gerade heißt das, der Betrag macht daraus minus minus 3, also plus 3, weil der Inhalt negativ war. Und damit können wir so eine Betragsgleichung hervorragend lösen. Ich mache mal dieses Beispiel weg und lasse nur die allgemeine Formel hier stehen. Das müssen wir uns merken. Denn dann können wir jetzt Fälle unterscheiden. Ich meine, schaut euch das mal an. Wann ist das hier bzw. das hier positiv bzw. negativ? Und jetzt unterscheiden wir, mit Hilfe dieser Zahlen, 3 und minus 3, drei verschiedene Situationen. Fall 1. Schreiben wir es mal so als erster Fall hin, wenn mein x größer oder gleich 3 ist. Was ist dann mit der linken Seite? Was ist dann mit der rechten Seite? Die linke Seite wird auf jeden Fall positiv sein. Also schreibe ich, li ist größer gleich 0 und re, also rechts, ist auch größer gleich 0. Für die Betragsstriche bedeutet das, dass ich sie einfach weglassen kann. Das haben wir hier gesehen. Die Betragsstriche kann man einfach weglassen, wenn das x e schon positiv ist. Wie bei Betrag von 3. Unsere Gleichung wird dann zu x² minus 9 ist gleich 3x minus 9. Da rechnen wir einfach plus 9, dann ist die 9 auf beiden Seiten weg. Wir haben dann nur noch x² gleich 3x da stehen. Dann holen wir die 3x auf die linke Seite rüber, sodass wir da x² minus 3x gleich 0 herausbekommen. Und dann, Lieblingsstrategie vielleicht schon fast. Wir klammern aus, erhalten dann x mal x minus 3 gleich 0, wenden den 0-Produktsatz an, der uns sagt, dass mindestens einer der beiden Faktoren 0 sein muss, damit ein Produkt überhaupt 0 werden kann. Also ist x 0 oder x minus 3 ist 0 und das führt uns schon zu den Lösungen x1 gleich 0 und x2, wenn wir hier plus 3 rechnen, gleich 3. Diese beiden Lösungen behalten wir im Hinterkopf, ist das Ergebnis vom ersten Fall, wenn unser x größer oder gleich 3 sein sollte. Was passiert aber, wenn unser x, und das ist der zweite Fall, nicht größer gleich 3 ist, sondern kleiner als 3, aber immer noch größer als minus 3? Na ja, dann müssen wir wieder überlegen, was mit der linken und was mit der rechten Seite ist. Wenn unser x also kleiner als 3 und größer als minus 3 ist, dann ist auf jeden Fall die rechte Seite dieser Teil hier negativ. Denn 3x ist dann kleiner als 9 und dann kann es das nicht ausgleichen, sodass es mit minus 9 auf jeden Fall ins Negative gezogen wird. Die linke Seite ist aber für x zwischen 3 und minus 3 auf jeden Fall auch negativ, denn dann wird das Quadrat kleiner als 9 sein und dann wird das Ganze auch ins Negative gerissen. Wir müssen also nach unserer Strategie hier, nach unserer Definition, wenn beide Teile negativ sind, den unteren Weg wählen und sagen, okay, dann ist der Betrag das Negative vom Inhalt. Erinnert euch an Betrag von minus 3. Das war dann ja minus die minus 3, also plus 3. Ich muss also im zweiten Fall beide Seiten nehmen und ihnen jeweils ein Minus davor verpassen, denn sowohl die linke Seite ist negativ als auch die rechte Seite. Das heißt, ich habe dann also die linke Seite in der Klammer stehen mit einem Minus davor, die rechte Seite auch, 3x minus 9 war das, dann rechne ich mal minus 1 und ihr seht schon, das führt mich zur genau gleichen Situation wie im ersten Fall. Also, siehe, erster Fall können wir schreiben, die gleichen Lösungen kommen hier heraus. Und dann, könnt ihr euch denken, bleibt ja nur noch der dritte Fall. Und der tritt ein, wenn unser x tatsächlich kleiner oder gleich minus 3 ist. Was passiert nämlich dann auf unseren beiden Seiten? Wenn unser x kleiner oder gleich minus 3 ist, dann wird dieser Teil hier positiv, aber dieser Teil hier mit einer minus 3 oder kleiner eingesetzt wird negativ. Also müssen wir der Betragsgleichung auf der rechten Seite ein Minus verpassen, auf der linken die Betragsstriche einfach weglassen. Wir kommen also mit linker Seite größer 0, rechter Seite kleiner 0 zu x² minus 9 gleich minus 3x minus 9. Der vielleicht schwierigste Fall. Wir müssen erstmal die Minusklammer auflösen. Minus 3x plus 9 haben wir dann. Dann holen wir alles auf eine Seite rüber, kommen auf x² plus 3x minus 18 gleich 0 und sehen, dass wir eine quadratische Gleichung bekommen haben, die wir hervorragend zum Beispiel mit pq-Formel lösen können. x1 und x2 haben wir schon, also startet die jetzt mit x34 minus p halbe, also minus 3 halbe, sagt die pq-Formel, plus minus Wurzel aus, p halbe zum Quadrat minus q, also so sieht es aus. Das heißt, da wird es jetzt ein bisschen schwieriger im Kopf. Wir haben minus 1,5 plus minus Wurzel aus. 3 halbe ist ja 1,5. Das muss quadriert werden und plus 18 gerechnet werden. Man muss also wissen, was 1,5 Quadrat ist, also was 3 halbe quadriert ergibt. Und das ist tatsächlich ziemlich schön. Das ist nämlich 2,25. Und 2,25 plus 18, das macht 20,25. Und da freue ich mich immer, wenn ich das sehe, denn das ist eine wunderbare Quadratzahl. Vielleicht kennt ihr sie auch auswendig. Das ist die Quadratzahl zur 4,5. Also steht hier minus 1,5 plus minus 4,5. Und dann bekommen wir als erstes x, wenn wir meinetwegen minus rechnen, minus 1,5 minus 4,5 minus 6 raus. Und wenn wir plus rechnen, dann kommen wir auf 3, was aber auch schon vorher unser x2 gewesen ist. Wir bekommen also insgesamt aus allen drei Fällen drei Lösungen. Und zwar die minus 6 und x1 und x2 waren 0 und 3. Die schnappen wir uns hier oben auch noch kurz. 0 und 3. Und dann haben wir eine Lösungsmenge mit drei Möglichkeiten. Die minus 6, die 0 und die 3 sind die x, für die die verrückte Betragsgleichung aufgeht. Ich hoffe, das habt ihr gekonnt. Wenn euch Betragsgleichungen noch zu schwer sind, dann schaut mal hier rein. Da findet ihr auch einfachere Gleichungen und die bekommt ihr bestimmt sofort gelöst. Viel Spaß damit und macht's gut. Bis bald.